Superchecker, die Sachbuchreihe für richtig coole Kids. Mit spannenden Themen wie Haie, Dinosaurier oder auch Vulkane. Was willst du heute wissen? Coole Fakten, Steckbriefe oder Rekorde? Schlaue Jäger, lebende Fossilien und Supersinne. Wow! Woraus besteht das Skelett der Haie? Eine aufregende Reise in die faszinierende Unterwasserwelt der Haie. Tyrannosaurus Rex, Triceratops, Stegosaurus. Dieses Buch nimmt dich mit auf eine aufregende Reise in die Welt der Dinosaurier. Kreide, Jura oder Trias? Mit vielen lustigen und lockeren Fakten. Vulkanische Blitze, Ausbrüche und Aschewolken. Erkunde weitere spannende Themen mit den Büchern aus der Reihe Superchecker. Superchecker! Erkunde. 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 Erkunde.